Herzlich Willkommen zurück zu Overwatch. Hier sind so ein paar Symmetra-Türme. Aber wenn du vorher schon jemand anderen hostest, dann weißt du, also Auto-Hostest, dann switchst du. Ja, weißt du wen ich auf meiner Auto-Host-List drauf hab? Nefi. Nur Nephias. Ich hab Nephias drauf, Tyska drauf und die ist grüß dich mal. Da waren Turrets. Überall Turrets. Das ist ne Gold-Rahmen-Symmetra mit vier Endorsement-Leveln. So die Wahrscheinlichkeit, dass Nephi gehusstet wird von mir automatisch ist relativ hoch, sag ich mal. Dachte, das macht man so mit den Auto-Host. Auto-Host krieg ich aber gar nicht mit, glaub ich. Ja, das kriegt man glaub ich nicht mit mir. Das siehst du nur, wenn die 8000 Zuschauer da sind. Telefon nach unten. Ist das Janko? Ja, stimmt. Das ist der von eben. Oh, was? Alter, die Symmetra ist auch noch gut. Wo sind die denn alle? Ah, da. Meine Barrier is down. Ich sag doch, die Symmetra ist gut. Hörst du mir nicht zu, wenn ich das sage. Nein. Woop woop. Nein, ich bin doch gerade erst hier am Anfang gesporen. Ich bin doch Zenyatta. Oh nein, jetzt schweigt der da so langsam. Alter, ich mach ein Tele für dich hierhin. Das wird mich ganz schön abfacken. Yes, hallo. Warte, erst kriegt die Symmetra. Rechts ist was von uns. Ich hörst Schritte hinter uns. Äh. Was ist da? McQueen oder so. Also Genji. Ja, McQueen ist hinter uns. Hab ich doch gesagt. Nice, Goro. Der will mich erholen. Goro, du hast mich nicht beschützt. Ich bin bei dir. Oh Jesus. Ich hab dich gerecht. Ich bin ein Diebshit. Das Röckchen hast du an. Ja, ich bin auch ein Diebshit. Ich find den Skin gar nicht so cool. Ich find den auch nicht so cool. Was? Wieso mögen die den alle nicht? Ich weiß nicht. Der passt überhaupt nicht. Ich hab die Wahl, ob den zu kaufen mit 3000 Quilets oder den von Lucio. Und ich werde den von Lucio nehmen. Den von Lucio find ich aber auch nicht gut. Was findet ihr überhaupt gut? Was ist mit euch? Ich find den tatsächlich den Krampus-Skin von Junkrat am besten. Den hab ich. Den hab ich auch. Das ist der einzige, den ich hab. Engi, komm raus! Oh mein Gott. Der Mercy-Skin ist auch gut. Und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist der Widow-Skin auch einer der Besseren dieses Mal. Panic! Also der Zaya-Skin ist ganz schlimm. Was? Ja, hast du mal gesehen? Die hat so'n Teddybärenbommel am Po. Voll knuffig! Geh weg! Das Dynamit! Ja. Ich weiß nicht, wer bei Blizzard da immer säuft. Aber irgendeiner... Boah! Rechts oben ist was. Rechts oben ist was am Fenster. Man soll sich ja über Geschmack nicht streiten. Aber ich find manchmal ist es einfach falsch. Steht der ein Torbjörn die ganze Zeit am Turret und repariert den? Ja. Das ist ein Gango, der will ulten. Na hi! Hilfe! Und was gibt's noch für einen Skin? Mach ihn! Der ist auch... Ich brauch Heilung! Rest mich! Oh lol! Ich brauch Heilung! Danke Mercy! Danke! Ich bin verbrannt! Ich bin verbrannt! Da muss man trotzdem heilen! Da muss man da sein! Und das im neuen Jahr! Stimmt! Frohes Neues! Na ja, frohes Neues! Bringen wir am ersten die Folge. Ne, am zweiten, hä? Ach stimmt! Aber jetzt über die Feiertage gibt's da nicht extra? Da gibt's extra! Nein, da gibt's nix extra! Bei Goro ja, aber bei mir doch nicht! Gibt's keine Extrawürste? Warum gibt's denn da keine Extrawürste bei dir? Weil Nefi seine Zuschauer nicht mag. Hä? Die Kliks kommen doch eh nicht! Ach deswegen! Na, ich mag meine Zuschauer nicht! Nicht Goro! Alter! Wie nicht Goro? Wie nicht Goro? Du hast ihn zu mir geschubst! Ich wollt ihn chargen! Ja, warum willst du das Schild nicht Goro? 4... Haben deinen Triple Kill rausgeholt! Oh, ich geh wechseln! Ich geh jetzt auf Ash, komm! Du bist Heiler, Junge! Ach, Heiler Schmeiler, Alter! Ich hab ja schon auf Heiler gewechselt! Stimmt! Was soll denn das? Nefi, da will er, da soll er mal heilen! Nefi spielt nie Heiler! Total der Anti-Made! Riecht sich immer auf, dass andere nicht Heiler spielen! Janko ist hier so Kamikaze-Torb! Ich bin jetzt auf der Punkt, Leute! Ihr könnt mir später danken! Oh, nicht Bob! Mary, Molten Core und Bob! Oh, Jesus! Keine Chance! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was hab ich denn gedacht, wenn er reflektet? Hilfe! Wo ist Mercy da? Ich hab noch meine Ulti sonst, ne? Ach man, ey! Also ich hab noch meine Ulti! Komm, wenn du halt alleine reingehst, Schnuppelpumme! Ich war nicht allein! Du warst mit noch einem DPS, ja, sehr gut! Sehr sicher! Nicht alleine! Das ist, äh, extremely safe! Oh Gott, Juggerade! In wem war er drin? Juggerade oder? Genji, glaub ich, weiß ich nicht! Nee, Genji hab ich geheilt! Das war irgendwie andere! Oh, dankeschön! Hello! Ja, die gehen alle einzeln rein! Es stresst mich hier! Ich hab Bock mehr! Okay, ich hab Bock mehr! Wir gehen rechts hoch, Lu, komm! Wir gehen rechts hoch, okay! Du bist jetzt mit einem K40! Oh Gott, die werden jetzt alle gegengicht! Nein, 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 nein! Hoahoahoahoahoahohohohohohoho! Ich hab ihn auch in die Widow. Jemand hat überlebt, Moment! Ja, ich. Aber die Widow hab' mich gut. Oh nois! Oh nois! Ich bin nicht da! Äh, jetzt bin ich da ... Unser Genji ist auch gut. Er läuft gegen Wände. Das geht mir echt auf die Nerven! Ich würde sagen, Bio hat seine Ulti, er macht jetzt alle platt! Ich brenne! Ich bin! Da wer hat mein Kree hinter uns! Ist das immer noch der Silver McCree? Alter, ich hasse ihn! Ich weiß nicht, der heißt Phobia. War das der Silver McCree? Weiß ich nicht. Der hat gewartet, bis der rein rein gelaufen ist und hat auf mich gewartet hat der. Das ist eiskalt! Kommst du zurück? Ja, ja, hier, hallo. Miao. Oh, Jesus. Oh, das kann ich nicht, das kann ich nicht gegenhalten. Weiß auch nicht, wir groupen auch nie ab, ey. Na, das ist ja ein Quickplay. Ich wollte zu euch, aber da war so ein Genji und ein Reaper und jetzt ist die Widow Vision da. Also ich hab immer noch meine Ulti, seit Anfang an. Also ich hab schon zweimal geultet. Aber ich kann sie shattern und man kann in den Punkt bringen. Oh, Nifi hat jetzt Space created. Oh, das Space, warte mal, ich kann das Resen glauben. Create another Space. Ja, mit deinem Tod. Ne, der Genji ist tot. Achso, du hast ihn geflammt. Und Bob ist ready. Oh nein! Oh, komm, wir machen jetzt Bob Hammer. 30 Sekunden, los. Komm schnell, wir müssen hier hin. Ich hab vergessen, dass man nicht fällt. Ich bin noch nicht da, aber wenn ich da bin. Dann geht's ab. Dann warte kurz auf Bock. Bist du noch da? Ich bin da, ich bin vor der Tür. Okay. Einer ist tot, komm. So schnell ich kann. Warten auf die letzten Sekunden. Okay. Oh mein Gott. Schnell, rest mich. Geht auf den Punkt, schnell. Egal was ist. Ach, keiner geht auf den Punkt. Na, konnte nicht. Machst du nix. Das war halt, äh, das war halt typisches nicht koordiniert sein. Ja. Was nennt man das. Am Ende waren wir voll koordiniert. Die ganze Zeit versucht zu koordinieren. Wir wollten zusammen auf den Punkt, wir hatten einen Plan. Einen wundervollen Plan. Ja. Die Hälfte des Teams war schon wieder tot, weil sie einzeln reingegangen sind. Ja, warum machen die das auch? Warum hören die nicht auf uns drei? Wenn ich jetzt ulte, dann töte ich die bestimmt alle. Alle sechs. Das ist ja so, als ob wir nicht mit denen reden. Ach, echt? Nee, wait. Echt? Mr. Jones darf ich ja nix geben. Nee, Mr. Jones darf doch nicht sein draußen. Das habt ihr nämlich davon, wenn ihr nachscheint. Nix. Es ist Gegnerteam in Dawson. Yeah. Komische Scheiß-McCree. Und, ähm, die hatten nicht mal einen Heiler und dagegen haben wir verloren. Holy Shit. Stimmt. Scheiße. Gerade deswegen wahrscheinlich. Weil die keinen Heiler hatten. Genau. Ich hab auch neue Helden. Es gibt, es spielt zu wenig Helden. Spiel doch mal Hammond. Ich kann Hammond nicht. Ich würde Hammond gerne können, aber ich kann ihn nicht. Ahne hab ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Stopp. Ist Matix94 YouTube auch von deiner Liste oder gehörte er zu Mr. Jones? Weiß ich nicht. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Wahrscheinlich hat Mr. Jones den angehauen. Wahrscheinlich holt er jetzt so Horden-mäßig. So, ey, guck mal. Ich bin offline. Kennt er trotzdem Mr. Jones nach. Wie hast du eigentlich Endorsement Level 4 gekriegt? Ich werd die ganze Zeit endorsed und krieg nie Endorsement Level 4. Ich weiß nicht. Ich warte auch die ganze Zeit drauf, dass ich's verliere, weil ich nicht mehr viele Endorsements bekomme in letzter Zeit. Keine Ahnung. Also, Matix war bestimmt mit Likan in einem Team. Ich mein, ich spiel halt viel Mercy. Und Mercy kriegt irgendwie lustigerweise, obwohl sie eigentlich genervt wurde und im Rank total verhasst ist, und kriegt lustigerweise noch viele Endorsements. Kann man nicht mehr überheilen, die Leute? Ne. Side-Face. Side-Face. Hey, Widow. Die war geil. Da ist ein Gengo über uns. Aber ich kann noch heilen. Oh, die ist da oben drin. Oh, oh. Aua. Hab dich, du. Hab dich. Symmetra ist hinteren. Oh, ich treff die nicht. Oh, die schläft. Ja, ja. Die hab ich gesleept, ey. Die hab ich gesleept. Oh, fuck. Hab ich viele sleeps. Da ist man immer so stolz auf sich, ne? Oh, oh. Brauchst Heilung. Genji ist low. Rollen, 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 rollen. Rauli, 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 rauli. Adelaine? Adelaine. I will keep you healed. I will keep you healed. Oh, die wird einmal gedinkt. Aber sie braucht noch ein Ding. Ein Ding? Oh, sie ist weggegangen. Hinter uns ist Symmetra wieder. Oh, ah, ich brenne. Danke. Hieh mich, hieh mich, hieh mich, hieh mich, hieh mich. Hä? Meine Maust. Kannst du mich heilen? Oh nein, ich hätte Nanobus. Ich hätte gerne Senjata-Genanobusse. Genji kommt oben. Durch die Tür. Die Tanks kommen nicht zurück zum Point. Oh Gott. Ich bin doch da. Hä? Nein, wir haben hier gerade Probleme. Holen, alles gut. Aber jetzt sind sie schon weg. Ist schon, ist schon vorbei. Ich weiß nicht, wieso die nicht reingegangen sind, aber... Oh! Okay, na gut. Den Pfeil kann ich akzeptieren. Oh! Das war viel Damage. Holy shit. Ja, so eine Pharah, wenn die trifft, ist halt ein Problem. Oh no, ich kann nicht mehr ulten. Oh. Ihr seid alle irgendwie nicht da gewesen. Ja, ich weiß nicht. Ich war in der Luft und unser Deadpool hat das Match verlassen. Der Hanzo hat mich ins Gesicht geschnut. Oh, das ist ja echt traurig, ne? Nicht mehr da hinrollen, Humstyboy. Aber... Die Zeit! Die Zeit! Ich wollte zwei Sekunden rausholen. Weißt du, was du denen jetzt gegeben hast? Ulti-Charge. Ulti-Ulti-Charge. Das ist alles, was wir jetzt erreicht haben. Hast du denen jetzt gegeben was? Hinter uns, hinter uns ist was. Oh. Was, 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 was? Ah, Ash, glaub ich. Oben auf der Brücke. Ne, ist Genji. Warum, Koro? Dann kann ich wechseln. Do something. Oh, fuck this. Ob es schläft? Wir haben den Genji voll geblockt. Wer hat den da aufgewickelt? Ich weiß nicht, ich hab ihn schlafen lassen. Gab die Saria? Ich krieg dich da voll. Oh, doch. Ich weiß, ich wollte den... Oh, den... Soldier machen. Alles gut. Unangenehm. Unangenehm. Ich hab... Ich war um Punkt. Was war der Rest? Ist das unser? Ne. Halb. Wieso nehmen die grad nicht ein? Wo sind die alle hin? Weil sie Angst hatten. Ah! Oh, nice. Nice. Hat das geholfen, dass ich ihn geschubst hab, oder war das er? Ich hab ihn auch geschubst. Ich hab ihn beide geschubst. Ich glaub nicht, dass es... Pfeira von hinten. Pfeira kommt hinten rum. Goro, pass auf, dreh dich um. Die hat aber grad erst geultet. Aber ich hoffe mal, die hat noch keine neuen. Haben wir? Oh, God. Da. Die haben... Sie nannten ihn Hemi Schwammy. Hemi Schwammy. Nur seine Freunde. Seine Freunde nannten ihn Hemi Schwammy. Wie ist mein Faden voll so transparent eingestellt? Das verwirrt mich. Oh. Ich hab das Medikit verwandst. Wenn da einer hin will, muss er die ganzen Bomben wegmachen. Was machen die da? Oh. Er ist low. Oh nein. Oh nein. Ich hab kein E. Sorry, Orisa. Die Farah. Ähm. Würde auch mal nicht. Bist du Lucio? Ja. Ich wollt eigentlich nur, weil ich dachte, dass sie den Pointer nehmen. Deswegen bin ich Lucio gegangen. Okay. Aber er schab ich. Ferber rechts im Raum. Da ist noch was rechts. Zwei sind rechts gelaufen. Und hinter euch ist ein Genji. Genji ist hinter uns. Genji! Das ist noch jemand. Hanzo ist oben im Raum. Farah ist auf dem richtigen Punkt. Oh mein Gott. Hab ich. Was? Von hinten haben mich Widow und Ash angeschossen, ey. Hanzo holt auf, Basten Goro weg! Mich selbst umgebracht. Gut. Alles wie immer. Oh Gott. Ah. Okay. Hast du deine Ulti? Oh, der Hanzo ist so low. Oh, der. Der Hanzo hat zwei HP. Oh, Jesus. Der Hanzo hatte zwei HP. Ich konnte mich nicht um den Hanzo kümmern, ich hatte einen Sojo einen Point. Hinter uns kommt Genji wieder. Genji hinter uns. Ich sag's bloß. Genji ist immer noch hinter uns. Wo ist er denn? Ui, der ist irgendwo hinter uns. Wo ist er denn? Auf der Brücke war er. Der Kleene. Guck mal, wo er ist. Hier sitzt er. Guten Tag, Genji. Ähm. Ich wollte gerade sagen, ich höre ihn nämlich nicht. Der saß hier. Der saß da. Oh, als hat er sich das Midi Package snackt. Der ist jetzt trotzdem schon wieder low. Hier, mach ihn mal. Der hüpft da gerade hoch. Ach, Jesus. Der hüpft zu dolle. Treff den. Oh, he's wrong. Nice. Ich hab ihn mal rausgesucht. Ich weiß nicht was er hat. Oh, hinter uns hat er überholten. Oh, das war so knapp. Oh, gut, dass du deine Ulti noch rausgehauen hast. Ich mein, es war ein bisschen übertrieben, aber es hat die Orisa am Leben erhalten und jetzt ist er doch gestorben. Wo ist der gegnerische Junkrat? Hinter uns. Ah, ja. Hier. Slow. War nicht mehr viel. Unsold. Aua, ich brenne. I'm burning. Hinter uns ist wieder der Gelndor. Lass mich, Genji. Gott. Wann macht Zaya eigentlich ihre Ulti? Ich weiß es nicht. Nie. Nie. Die wartet auf den Six-Man-Graft, der niemals kommen wird. Ah, das war mega doof von mir. Weißt du, vor allem der Hanso und die Zaya hätten schon so oft retten können jetzt. Warum macht Zaya nicht ihre Ulti? Weil dumm. Oh, sie sind alle worden. Alles. Ja, ich weiß. Ich hau gerade raus ohne Ende. Und dann bin ich gestorben, weil er hinten die Widow steht. Okay, Goro. 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 Goro, nein. Aber die Zaya rettet. Die Widow kommt nicht. Nur noch der Dings ist da. Der Junk. Let's go. Oh nein, die Widow kommt. Hinter euch ist die Widow. Oh. Roll, Hamster. Roll. Rollen, rollen, rollen. Jawoll. Nice. Mann, Mann, Mann. Ich hab Most Kills und Most Damage gemacht. Lol. Ich hab auch. Ich hab Silber-Eliminierung und Gold-Ziefer zum Kills. Ich hab Silber-Heilung. Und Gold-Heilung. Ne. Wow. Du warst ja auch Anna am Anfang. Ja, ich war Anna am Anfang. Ja, ich war Anna am Anfang. What? Was der What? Boah, ich hab Führungsrolle bekommen. Zweimal. Ich hab sie zum Beispiel bekommen. Ich hab gut Teammate und einmal Shotcaller. Damn son, damn. Da sagst du nix zu, sagst du nix zu. Da sagst du nix zu. Leute. Ihr sagt jetzt den Daumen nach oben und wir beenden die Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.